Oho, CRIT noch gedrückt, yes, komm Mittendrin, in der neuen Folge, let's go Was gibt's hier noch, was gibt's hier zu erkunden, fangen wir mal hier ganz ruhig an Kann ich hier hoch oder ist es, sorry, okay, I'm sorry bro Etiap, City und, okay, underconductions, I guess Etiap, City, aha, auch hier kann man nichts machen, hier unten auch nicht zufällig, ne Okay, jetzt schon das Tournament-Dings, ne So, wir müssen ja eh hier runter, in den Tournaments Probier uns so So, let's go, Reginald Swole Loom, ah, okay, korrekt Wir bleiben auf Poison Gas, Poison Gas, guck mal was er hat, mach er entspannt, mach er ruhig Swole Loom, was hat der? String Shot, okay, String Shot is fine Poison, wir bleiben auf Protect, was hat der noch oder bleibt der String Shot? Grass Whistle, okay Hit auf Grass Whistle Dann können wir wieder Protect, I guess Das sind mehr Damage, hätte ich mir, erhofft, ehrlich gesagt Das ist fine Hey, kann ich bleiben auf Aces, Prey Okay, Grass Whistle mit, fine Welding down, let's go Gibt dick XP Kommt rein L'ombre L'ombre könnte Fake Out haben, deswegen machen wir auch mal Protect Guck mal, was er hat Fake Out, korrekt Schon mal Damage hier avoided Ich glaube jetzt zwei Aces Reichen doch, oder? Okay, Bubble macht schon ein gutes Damage Wir werden switchen, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in Bubble Jawoll, jetzt können wir Aces hiten By the way, was auch sehr, sehr komisch ist, aber Ähm Hier, Tentara kann Giga Drainer lernen Voll chillig Von dem her So, Aces sollte killen jetzt, oder? Special Defense dropped Jawoll Ja, auch ein bisschen XP Ivysaur, okay Ivysaur hat safe irgendwie Leaf Blade oder so Ne, nicht Leaf Blade, sondern, was hat er? Razor Leaf Oder Rankenheap Okay, Razor Leaf Ein guter Damage Machen wir mal Babydoll Ice Dann switchen Und wieder Razor Leaf, okay Ist fine Wir haben extra noch ein bisschen seine Attacks that Reduced Können wir Aces sprain Mhm Special Defense einfach ein bisschen droppen Sleep Powder, okay, kommt rein, ist fine, I guess Bro, vier Runden jetzt Wenn der Gegner Sleep hat, nur eine, immer Und ein Crit Ahaha, geil Letzte Runde, woke up Oh, reicht das schon für einen Kill Attack miss, okay, fine Come on Yes So wichtig Gut, halt, wir haben echt eine, auch eine Pflanzenschwäche teilweise Stacy Aha Kollegen Okay, let's go Lappy, ah, okay Lappy Was soll passieren? Charged Lol I get it Gladby ist normalerweise nicht schnell, deswegen können wir hier easy diggen Jug a hole, yes Cotton Spore, okay Oh Dick gegeben, Allah Boom Let's go Palpitoad, okay Palpitoad könnte natürlich jetzt auch Bubble oder so haben Hm Könnte aber auch Geht der jetzt auf eine Bodenattacke? Eigentlich nicht, ne? Bin dann auf eine Wasserattacke, komm Bubble Beam, okay Fine Sehr gut Wir haben hier, ja, Giga Drain drauf Auch crazy, ne? Dass Palpitoad auch schneller ist, ist auch crazy Okay Okay Giga Drain Müssen eigentlich draufbleiben, oder? Aber wenn jetzt eine Bodenattacke kommt, wird es halt auch freudig, ne? Müssen noch schneller sein hier, oder? Komm, wir müssen noch hier schneller sein Macht der Bubble Beam Lol, Water Absorb, sehr gut Water Pulse Er ist hier schneller, lol Uff, okay Das macht auch guten Damage, Bro No way Wie viel hat Matcha uns gemacht, wenn es halt critter zu weit weg Er missed it, lol What? Wie dumm kann man sein? Bitte kein Boden-Pokémon jetzt, wäre nice Okay, 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 okay You're ugly Hypnosis, Bro Natürlich Hypnosis direkt Brawl is fine Wir Poison Gassen Natürlich ist sie wieder schneller Wir müssen eigentlich Paint Attack Das ist nicht crazy Growl, Feint Attack Hypnosis Können wir mitarbeiten Fury Swipes Können wir nicht mitarbeiten Wir werden jetzt nicht bald aufwachen Wir kriegen natürlich ein 5 mit hier Ein crit noch Crit 5 times Digi Woke up Big Nice Okay, Poison ist drauf Dann müssen wir jetzt nur noch überleben Growl easy Easy, gell? Poison wird killen, save so oder so Woke up, noch besser Double Kick 1 Oho Zack, Alter Pure Ugly Schnapp dir deine Mieze und pack sie ein Bro, bro, shut the fuck up Shut the fuck up Final Round Cheryl Hey, bro, ist in a region Jetzt mal So, Cheryl ist ja der Trainer, gegen den ich sozusagen das Team geplant habe Ne? Weiß ganz genau, was sie vermonstert und ich weiß, was ich machen muss So, die können nämlich hier einfach mal sparten Die ist schneller, ist halt auch crazy, ne? Puh Einfach Biten jetzt, komm Payback Crit natürlich, warum nicht? Aftermath oder nicht? Walma Wargess, kann Walma mich killen? Eigentlich nicht, ne? Deswegen einfach sparken Das bestmögliche Matchup schon draußen Water Pulse Fine Easy Berry Juice Again Spark, easy kill hier Walma down, komm Oho Crit noch gedrückt Yes Komm Machen wir die Taktik Ganz normal Poison gassen Protected is fine Einfach Acid Spray Das macht weiter Protect Is fine Two hours later TP, aber es ist fine Weil drei Dinger werden eh killen Oh, oder wir critten Boom Zack, alle Mal kurz Acid Sprayen Stone Ding Geil Chancey So, wir sind full live Also, wir können eigentlich easy Poison gassen Und Double Kicken Ganz entspannt Ganz easy batch Zack Tournament Nummer 2 In meine Tasche, Diggi Yes Das ist was ich zu sagen Das ist, warum er mit mir ist Das ist, warum er der Goat Der Goat Okay, sie will hier Route 6 battlen auf jeden Fall Oh, wir können zuerst noch was fangen Das wäre auch noch nice Komm, wir holen uns direkt was Swald Loon Guten Morgen Eins Zwei Drei Let's go Swald Loon Okay I get it Ist okay Okay, hier ist die Valoran Will fighten Let's go How about a battle War klar Aha Okay, das ist ja gut Dass wir schon mal Stinker draußen haben Acid Spray Dann Ich glaube, dass das sehr effektiv ist, oder? Mimik Was mimikt sie? Jetzt hat sie auch Acid Spray Aha Einfach mal hier So, noch einer Dann ist sie down Was macht sie? Sing Mimik Sing Also sie hat jetzt Acid Spray Sing So, woke up Acid Spray Ganz entspanntes Ding hier Ich kann es nicht killen No effect Low Mirror Code ist Ding Ah, Mirror Code Ha Mirror Code ist ja Eine Psychoattacke LOL Nochmal Glück gehabt Komisch hier, ne? So viel Damage hätte ich eigentlich erwartet Acid Spray Easy Kirlia Kirlia kann keine Psychoattacken machen Wir können hier Biten Confuse Ray Ist fine I guess Wir haben aber auch Speer Force Rock Thumb Also Eventuell killen wir hier schon Ja, nice Okay Hätten wir uns sparen können Aber ist fine I guess So, was kommt raus? Rion Okay Wir haben jetzt auf jeden Fall Giga Drain Hier auf Hauskäfer drinnen Wir hätten auch Water Absorben Insane Encore Ist fine Wir können Giga Drain Hier Baby Doll Ice Ist fine Eben Giga Drain Haben wir hier drauf Wie viel machen wir? Ja, ist decent Ist, glaube ich, okay Macht sie Encore Okay Bro On komm ich ruhig Ich Giga Drain Ganz, ganz ruhig hier Giga Drain Let's go Okay Sehr gut Sehr gut Brion down Okay Let's go Tag kommt zurück Driller drinnen Underwave Easy So sollten wir normalerweise Easy diggen können Dig Schön 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 Charge Ach komm Bro Du weißt doch selber Come on Dig Easy Bro Easy Bro Yes Mega Drain Mega Drain Is fine Come on Bro Du machst mir doch kaum damage Last Bug Bite Fuck Junge Easy Game Easy Game Mal kurz den Garten hier ausgerupft Roselia Ab nach Hause Come on Bro Stop it Get some help Easy Easy fight I don't do anything Low Was ist hier los Okay Grunts Oh müssen wir hier Grunts battlen Gar kein Bock What Okay wir gehen healen Egal Leute Ich würde sagen wir machen trotzdem hier schon Schluss Weil Es soll keine ewige Folge werden Wir hatten das Tournament Wir hatten den Rival Fight Und jetzt sind wir auf dem Weg in die neue Route Von dem her geduldet euch bis nächste Folge Wir sehen uns dann Macht's gut dort rein Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal